J.A. Drasul von William Arnold Regentropfen perlten von der Scheibe des Hubschraubers. In der Chartermaschine, die ihn nach Schottland gebracht hatte, hatte Marty einige Touristenbroschüren durchgeblättert. Aber von den wildromantischen Landschaften, sanften Hügeln und dramatischen Bergen aus den Prospekten war kaum etwas zu sehen. Der regenschwangere Himmel war grau und dunkel, die darunter liegende Landschaft ein endloses Mosaik aus Braun- und Grüntönen. Whitehead schien der Einzige zu sein, der begeistert wie ein kleiner Junge an dem kugelsicheren Seitenfenster aus Verbund-Sicherheitsglas saß und so tat, als würde er nach draußen schauen. »Wunderschön«, sagte der alte Mann mit rührseliger Stimme, »wie gerne würde ich diese wunderschöne Landschaft mit eigenen Augen sehen können.« Marty schwieg einen Augenblick. Robert Whitehead, sein Boss und darüber hinaus Gründer und Vorsitzender des Tech-Riesen OptiCore Incorporated, mochte einer der reichsten Männer der Welt sein, aber dennoch seit acht Jahren blind. Auch ein geschätztes Vermögen von 82 Milliarden Dollar hatte die vollständige Zerstörung seiner Netzhaut durch die seltene Lehmann-Krankheit nicht verhindern können. Wie jeden Tag trug Whitehead auch heute eine dunkle Sonnenbrille über den Augen. Nicht, um sich vor der schädlichen Sonneneinstrahlung zu schützen, sondern um starrende Blicke zu vermeiden. Viele seiner Geschäftspartner waren verunsichert, wenn er ohne seine Sonnenbrille mit ihnen sprach, weil er beim Reden nie blinzelte oder die Augen bewegte. Darüber hinaus hatten unzählige erfolglose Operationen seine Augäpfel nahezu vollständig getrübt, sodass sie den leblosen Augen eines Toten glichen. Nichtsdestotrotz klammerte Whitehead sich an der Hoffnung fest, eines Tages wieder sehen zu können. Marty hatte das Gefühl, dass auch ihre Reise nach Schottland nur ein weiterer von Whiteheads verzweifelten Versuchen war, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Auch wenn Marty nur sein Leibwächter war, kannte er die Krankenakte des Milliardärs. Whitehead würde nie wieder sehen können, ganz egal, wie sehr er es sich wünschte. Genauso gut könnte er sich wünschen, eines Tages fliegen zu können. »Wollen Sie mir endlich sagen, wo wir hinfliegen, Sir?« rief Marty über den Lärm der rotierenden Rotoren hinweg. »Wieder eine neue Privatklinik? Ich arbeite seit fast zwölf Jahren für Sie. Sie können mir vertrauen.« »Eine Klinik?« Nur langsam löste sich Whitehead vom Fenster der Kabine. »Nein, nein, es ist keine Klinik. Es ist eine Art Forschungsstation. Ein Institut, eine Gruppe Wissenschaftler hat hier draußen mehrere Jahre an einem geheimen Projekt gearbeitet. »Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Marty. Nach allem, was ich gehört habe, können die Mitarbeiter des Instituts wahre Wunder vollbringen.« »Ein geheimes Forschungsprojekt.« Marty stieß einen Seufzer aus. »Warum erzählen Sie davon erst jetzt? Bei allem Respekt, Sir. Eine ganze Menge Betrüger und Hochstapler sind auf Ihr Geld aus. Und ich bin für Ihre Sicherheit verantwortlich. Sie hätten mir etwas sagen sollen. Ich hätte Nachforschungen anstellen können, herausfinden, wer die Leute sind, die hinter dieser Gesellschaft stehen und was sie wirklich im Schilde.« »Klatsch!« Whiteheads Hand schnellte nach vorne und versetzte Marty eine heftige Ohrfeige. »Ich bin blind!« zischte er mit zusammengebissenen Zähnen. Er musste sich am Klang von Martys Stimme orientiert haben, um ihn zu treffen. »Nicht dumm!« »Also reden Sie nicht mit mir, wie Sie mit Ihrem dementen Großvater reden würden.« »Ich bin mir durchaus des Risikos bewusst, dass ich eingehe.« Der Helikopter beschrieb eine steile Kurve und flog dann über einen großen, dunklen See hinweg, dessen Ufer von dichtem Nebel verhüllt wurde. Whitehead redete weiter. »Ursprünglich war ich genauso misstäuscht wie Sie, Marty. Als ein Vertreter des Instituts zum ersten Mal auf mich zukam, hielt ich alles, was Sie mir sagen, für einen großen Schwindel. Bis zu meinem Treffen mit Shadwell im April. Vielleicht erinnern Sie sich, Marty.« Natürlich erinnerte sich Marty an das Treffen, das in einem vornehmen New Yorker Fischrestaurant stattgefunden hatte. Er hatte die beiden Geschäftsleute beobachtet, vom Dach des Nachbarhauses aus durch das hochauflösende Zielfernrohr eines israelischen Scharfschützengewehrs. Wann immer sich Whitehead mit Menschen außerhalb seiner gewohnten Umgebung traf, legte er Wert auf höchste Sicherheitsstufe. Eine verdächtige Bewegung von Shadwell oder einem der Kellner und Marty hätte jedem Einzelnen von ihnen das Hirn aus dem Schädel gepustet. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er für Whitehead einen Mord begangen hätte. Als ich ihn letztes Jahr in London traf, war Shadwell ein lebender Tote. Leberkarzinom im Endstadium, ohne Aussicht auf ein Spendeorgan. Bei unserem letzten Treffen war er fit wie ein Zwanzigjähriger. »Und Sie glauben, dass diese Leute auch Sie heilen können?«, überlegte Marty misstrauisch. Er betrachtete den Koffer zu Füßen des Milliardärs. Mit Sicherheit war er bis zum Rand mit Geldscheinen gefüllt. »Wie viel Geld wollen Sie von Ihnen, Mr. Whitehead? Und wie viel Geld haben Sie bereits an diese Leute gezahlt?« »Geld spielt für einen Mann wie mich keine Rolle«, gab Whitehead zurück und drehte seinen Kopf wieder zum Außenfenster. Draußen sah Marty vom Regen aufgequollenes Hochland, bedeckt von Rhododendron und Heidekraut. Dort, wo sich die Pflanzenschicht lichtete, ragte ein isolierter Sendemast aus Stahl in die Höhe. Mehrere bunkerartige Gebäude aus grauem Stein kamen in Sicht. Dann die von explosionsgeschützten Leuchten angestrahlte Hubschrauberlandeplattform. Merkwürdig, dachte Marty, während der Pilot zum Sinkflug ansetzte. Dieses geheime Institut liegt nicht nur am Ende der Welt, es ist außerdem nur per Hubschrauber zu erreichen. Woran um alles in der Welt forschen diese Leute? »Sind wir angekommen?«, fragte Whitehead, als die Kufen des Hubschraubers aufsetzten. Marty warf einen Blick nach draußen und prüfte seine Pistole im Schulterholster. Erst vor drei Monaten hatte er seine Waffe ziehen müssen, als Whitehead nach einer Konferenz in Beirut beinahe von einem Attentäter angegriffen worden wäre. Die Kabine des Hubschraubers öffnete sich mit einem Zischen und grauer Regen wehte ihnen entgegen. »Wachsam bleiben«, ermahnte Marty sich. Dann wagte er einen Blick nach draußen. »Das sieht für mich nach einer verlassenen Bunkeranlage aus, Sir. Hier ist weit und breit kein Mensch zu sehen. Ich glaube, dass das eine Falle ist.« »Nein«, knurrte Whitehead und angelte nach seinem Stock. Bevor Marty ihm zur Hand gehen konnte, war er bereits aus der Kabine geklettert. Mit lauter Stimme brüllte er in den Regen. »Hallo! Ich bin es, Robert Whitehead! Ich bin mit einem Ihrer Botschafter verabredet!« Ein automatisches Tor öffnete sich und drei Gestalten traten in den Regen hinaus. Zwei Männer und eine Frau. Marty griff nach seiner Waffe. Doch der blinde Milliardär hielt ihn zurück. »Wir können den Leuten vertrauen. Ich gebe ihnen mein Wort.« Mit seinem Stock ging Whitehead langsam durch den Regen auf die Neuankömmlinge zu. Im Gegensatz zu Marty schien er keine Angst zu haben. Kein Wunder, schließlich glaubt er, dass diese Menschen ihn heilen können. Marty nahm den Koffer auf, der unter Whitehead Sitz gelegen hatte, und folgte seinem Auftraggeber. Die beiden Männer positionierten sich am Rand des Landeplatzes, zweifelsohne Sicherheitspersonal. Marty knirschte mit den Zähnen, dann musterte er die Frau, die Whiteheads Hand schüttelte. »Es ist uns eine Ehre, Sie in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen, Mr. Whitehead. Ich habe das Vergnügen, Ihnen alles zeigen zu dürfen.« Die Frau lächelte Whitehead an, auch wenn er sie nicht sehen konnte. Marty musterte sie von Kopf bis Fuß. Die Frau war noch jung, noch in ihren Zwanzigern. Und mit ihren pinken Haaren, den goldenen Ohrringen und ihrer modischen Brille sah sie aus, als würde sie für einen Fernsehsender oder ein frisch gegründetes Medienunternehmen arbeiten und nicht für ein geheimes Forschungslabor. Marty bemerkte das Namensschild an ihrer Brust. »Rachel«, stand dort in Großbuchstaben. »Wer bist du, Rachel?« »Eine Betrügerin?« »Eine Hochstaplerin?« Misstrauisch folgte Marty ihr und Whitehead in die Tiefe der geheimen Anlage. Es dauerte nur fünf Sekunden, bis Marty erkannte, dass das verlassene Äußere der Anlage nur Täuschung war. Im Inneren der Anlage herrschte trotz der kühlen, steriden Atmosphäre reger Betrieb. Wissenschaftler in Schutzanzügen oder weißen Kitteln huschten über große geometrische Gänge. Das grelle Licht von Halogenlampen spiegelte sich auf unzähligen glattpolierten Oberflächen. Marty hatte das Gefühl, auf das Geheimversteck eines James-Bond-Bösewichts gestoßen zu sein. Sie erreichten eine imposante Empfangshalle. Marty schluckte, als er die großen silbernen Buchstaben an der Wand sah. »Institut für transdimensionale Forschung.« Was zum Teufel hatte das zu bedeuten? Marty berührte seinen Auftraggeber am Arm. Eine Gruppe Wissenschaftler drängte sich an ihnen vorbei. »Wer sind wir hier? Wer sind diese Menschen?« Auch wenn Marty leise gesprochen hatte, schien Rachel seine Frage gehört zu haben. Mit einem unheimlichen Lächeln drehte sie sich zu ihm um. Dann verkündete sie, »Wir sind das erste Institut weltweit, das sich mit transdimensionaler Forschung auseinandersetzt, Sir. Die Mission des Instituts ist es, mit unseren Erkenntnissen möglichst vielen Menschen zu helfen. Auch wenn sich momentan noch die wenigsten leisten können, unsere Dienste in Anspruch zu nehmen.« Marty war auf einem Blick auf den Koffer, den er in der Hand trug. Mit Sicherheit war er bis zum Rand mit Geldbündeln gefüllt. Whitehead war einer der reichsten Männer der Welt. Sein Geschäftspartner Shadwell ebenso. Marty fragte sich, wem dieses geheime Institut sonst noch seine Dienste angeboten hatte. Korrupten Politikern? Hollywoodstars? Industriegiganten? Mitgliedern royaler Familien? Die transdimensionale Forschung verleiht uns völlig neue Möglichkeiten. In dieser Einrichtung haben wir uns voll und ganz der Heilung von Krankheiten verschrieben, die eigentlich als unheilbar gelten. Aids, ALS, Parkinson, vielleicht in ein paar Jahren sogar Demenz und Alzheimer. Und wie soll das funktionieren? Was unterscheidet Ihr schickes Institut von all den anderen Krankenhäusern und Ärzten dieser Welt? Marty war noch immer skeptisch. Er sah zu, wie ein Mann und zwei Frauen in weißen Schutzanzügen durch eine Tür kamen, die an eine Luftschleuse erinnerte. Rote Signalleuchtenflampen auf. Rachel sah ihn über den silbernen Rand ihrer Brille hinweg an. Und ihre Augen schillerten im Licht der Deckenlampe wie blassblaue Kristallsplitter. Dann lachte sie. Den meisten Ärzten stehen lediglich die medizinischen Hilfsmittel dieser Welt zur Verfügung. Wir hingegen. Sie machte eine Pause und warf einen Blick auf ihr elektronisches Notizbuch. Erforschen bereits seit Jahren, was die vielen anderen Welten uns bieten können, die sich heute noch im Verborgenen halten. Das klingt verrückt, schimpfte Marty. Er sah Whitehead an, als hätte dieser seinen Verstand verloren. Aber der alte Milliardär drängte ihn, der Frau weiter zu folgen. Rachel führte sie beide durch die geheime Forschungsanlage und ihre Absätze klickten bei jedem ihrer Schritte auf den Boden. Es war Dr. Howard Wells, der ehrenwerte Begründer dieses Instituts, der auf die Idee kam, in anderen Sphären und Dimensionen nach einem Heilmittel für seine todkranke Frau zu suchen. Rachel blieb stehen und wartete, während ein Scanner die mattblaue Iris ihrer Augen abtastete. Eine Sicherheitstür öffnete sich und Marty und Whitehead folgten ihr in einen beinahe vollständig schwarzen Raum. Die einzige Lichtquelle schien ein beleuchteter Glaszylinder zu sein. Rachel erzählte weiter. Dr. Wells' Ehefrau, Katharina Wells, erkrankte 1964 am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine heute, wie damals fast immer tödliche Krankheit. Der verzweifelte Versuch, seine Frau dennoch zu retten, hätte Dr. Wells beinahe in den Wahnsinn getrieben. Er durchstöberte die großen Bibliotheken der Welt nach Hinweisen, suchte in verschlossenen Archiven und in den Privatsammlungen berühmt-berüchtigter Persönlichkeiten. Bis er hier, in Schottland im Keller einer alten Irrenanstalt, auf das Buch stieß, das die Grundlage für sämtliche unserer Forschungen bildete. Rachel blieb vor dem gläsernen Zylinder stehen und legte eine Hand auf das kalte Glas. Marty beugte sich vor und erkannte ein altes, in seltsames Leder eingebundenes Buch. Nox Aeteris stand in verwitterten Buchstaben auf dem Einband. Eine Reise durch das okkulte Universum. In jenem Buch fand Wells alles, was er wissen musste, um die nötigen Rituale durchzuführen. Um ein Wesen aus einer anderen Dimension zu beschwören, das seine kranke Frau heilen konnte. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, fluchte Marty. Vor seinen inneren Augen sah er den verrückten Wissenschaftler, der in einem heruntergekommenen Labor alles für eine Beschwörung vorbereitete. Was benötigte man nach diesem seltsamen alten Buch, um einen Dämon zu beschwören? Blut? Bonbons? Nadeln? Einen toten Säugling? Rachel schien sich nicht um seine Zweifel zu kümmern. Sie machte ein paar Schritte durch den Raum und ein Bild von Dr. Howard Wells erschien auf einem in der Stirnwand des Raumes eingelassenen Display. Er sah genauso aus, wie Marty ihn sich vorgestellt hatte. Unscheinbar. Farblos. Das schüttere Haar seitlich über den fast kahlen Schädel gekämmt. Sieht ziemlich harmlos aus wie ein Dämonenbeschwörer. Marty schüttelte den Kopf, auch wenn er Whitehead damit verärgerte. Wie ist die ganze Sache ausgegangen? Konnte er seine Frau heilen, indem er Dämonen aus einer anderen Dimension beschwor? Rachel schüttelte den Kopf. Die Wesen, die Dr. Wells entfesselte, waren zu mächtig, als dass eine Person alleine sie hätte kontrollieren können. Der Versuch, seine Frau zu heilen, endete für Dr. Wells in einem Desaster. Ein Desaster, das sie nicht überlebte. Wenn seine Frau es nicht überlebte. Warum glauben sie dann, dass sie meinen Auftraggeber heilen können? Ich bin für Mr. Whiteheads Sicherheit verantwortlich. Ich kann nicht zulassen, dass sie... Sie verstehen die Grundlagen der Wissenschaft nicht, sagte Rachel mit einem verächtlichen Blick. Neue Erkenntnisse können nur aus Irrtümern und Misserfolgen gewonnen werden. Catherine Wells mochte 1964 den ersten Versuch nicht überlebt haben. Aber noch im selben Jahr gründete ihr Ehemann dieses Institut. Er hatte erkannt, dass er die kosmischen Wesen anderer Dimensionen nicht alleine kontrollieren konnte. Mittlerweile arbeiten fast 500 Menschen im Bereich der transdimensionalen Forschung für uns. Fachleute aus jedem erdenklichen Arbeitsgebiet. Physiker, Biologen, Genetiker, aber auch Ingenieure, Architekten, Theologen, Psychologen, Schriftsteller oder Künstler. Nur so ist es uns heute möglich, was Dr. Wells bei seinem ersten Versuch 1964 noch nicht gelang. Rachel machte eine Pause und sah den blinden Milliardär an. Mr. Whitehead, ich denke, wir sollten Sie jetzt gleich auf die Prozedur vorbereiten, damit wir die Behandlung so rasch wie möglich beginnen können. Begleiten Sie mich bitte, Sir. Dr. Wells freut sich darauf, Sie im techtobrotanischen Atrium unserer Anlage zu empfangen. Dr. Wells, entfuhr es Martin misstrauisch. Wovon zum Teufel reden Sie da? Wenn er das Institut vor fast 60 Jahren begründet hätte, müsste er jetzt... Über 100 Jahre alt sein, beendete Rachel seinen Satz. Sie zwinkerte amüsiert. Ich glaube, es gibt noch immer viele Dinge über diesen Ort, die Sie nicht verstehen. Das technobrotanische Atrium war ein großes, unterirdisches Fünfeck, das nur über einen einzigen Zugang erreicht werden konnte. Marty wartete vier Stunden vor einem verschlossenen Portal, bis Rachel und einige Wissenschaftler Whitehead für die bevorstehende Behandlung vorbereitet hatten. Das Portal öffnete sich, und zwei Sicherheitsbeamte forderten Marty auf, ihnen seine Waffe auszuhändigen. Nur zögernd trennte er sich von seiner Pistole, nachdem Whitehead ihn befahl, sämtlichen Anordnungen vom Personal des Geheimen Instituts Folge zu leisten. Zumindest den Koffer mit dem Geld darf ich weiterhin tragen, dachte Marty und trat über die Schwelle. Ich frage mich, wann diese Spinner sich den Koffer Geld schnappen werden. Und ob sie sich das Geld notfalls auch mit Gewalt nehmen werden. Er folgte Whitehead, der so würdevoll ging, wie es seinen Blindenstock erlaubte. Fast lautlos strich der Stock über den polierten Boden. Wieder einmal fragte sich Marty, wie Whitehead die Welt wohl wahrnahm, seit seine Krankheit ihm das Augenlicht geraubt hatte. Fokussierte er sich auf Geräusche? Auf Gerüche? Oder gehörte er zu den Blinden, die im Laufe der Zeit eine Art siebten Sinn entwickelt hatten, um ihre Umgebung zu erfassen? Überall liefen Maschinen, Aber dennoch war die Halle geradezu klinisch sauber. Marty hörte Generatoren und Lichtblitze, die in unregelmäßigen Abständen knisterten. Der Geruch von statischer Elektrizität hing in der Luft und mischte sich mit einem anderen Geruch. Mit dem Geruch von feuchter Erde? Hummus? Marty wollte sich gerade nach der Quelle des ungewöhnlichen Geruchs umsehen, als sein Blick auf den ältesten Mann fiel, den er jemals in seinem Leben gesehen hatte. Dr. Howard Wells Wells ging auf einen eleganten Stock gestützt. Der Wissenschaftler war so alt, dass er aussah wie aus einem knorrigen Stück Holz geschnitzt. Sein Kopf war kahl, bis auf einige schneeweiße Haarbüschel, und seine Augen waren winzige, glänzende Löcher, die in einem Netz aus Falten zu verschwinden schienen. Dennoch bewegte sich der Wissenschaftler mit einer Geschmeidigkeit, die nicht zu seinem biologischen Alter zu passen schien. Er verwendete seinen Stock lediglich als Accessoire und als Marty seine Hand schüttelte, war er über die rohe Kraft überrasch, über die der alte Mann verfügte. Was auch immer an diesem Ort geschah, Wells schien ein Pakt mit dem Übernatürlichen geschlossen zu haben. »Herzlich willkommen, Mr. Whitehead!« stellte Wells sich nun Martys Auftraggeber vor. Auch wenn sein eingefallenes Gesicht einem Toten schädelt glich, war seine Stimme so warm und weich wie die eines Jungen. Marty kroch ein kalter Schauer den Rücken herunter. Das Institut wurde ihm von Minute zu Minute unheimlicher. »Mit Sicherheit hat Rachel Ihnen bereits eine kleine Tour durch unsere Einrichtung gegeben. Ich habe in der Zeit einen Blick in Ihre Krankenakte geworfen, Mr. Whitehead. Seien Sie unbesorgt, wir werden Ihr Augenlicht ohne große Probleme wiederherstellen können. Rachel, seien Sie so gut und machen Sie die beiden Herren mit J. Adrazul bekannt. Allein der Name des Dämons ließ Martys Blut zu Eis erstarren. Rachel nickte freudig erregt. Dann nahm sie Whiteheads Hand und führte ihn durch die große Halle hindurch. Mit jedem ihrer Schritte schien eine weitere Deckenlampe zum Leben zu erwachen. Es dauerte nicht lange und bald war das gesamte Atrium erleuchtet. Marty erstarrte. In der Mitte der Halle erhob sich etwas, das wie die kranke Karikatur eines Baumes aussah. Dicke, verkrüppelte Äste streckten sich der in der Decke eingelassenen Glaskuppel entgegen. Dunkler Äther umgab den dicken, fleischigen Stamm, der mit widerlichen Auswürfen bedeckt war. und Marty glaubte Augen zu erkennen, riesige Augen und Mäuler, die aufklafften und sich widerschlossen und Zungen, die groß und speicheltriefend umherzuckten. Dann erst sah Marty, dass die Zungen und Mäuler nicht die einzigen Organe waren, die dieser Baum hervorbrachte. Finger wuchsen dort, wo Blätter wachsen sollten. Ganze Hände, Arme und Beine und Lippen regten sich an den Zweigen. Marty sah Muskelstränge, pralle Brüste und Lungenflügel, die sich aufblähten und schlagende Herzen und pochende Eingeweide, die wie Früchte sprossen und bereit zur Ernte waren. Dieser Baum. Was für ein gottloses Wesen hatten Wells und seine Leute in diese Welt geholt. Je-Adra-Sul. Marty erinnerte sich an den Namen des Dämons. den Wells ausgesprochen hatte. Wie zum Teufel war er in der Lage, ein solches Wesen zu beschwören und zu kontrollieren. Mehrere Wissenschaftler in Rolamid beschichteten Schutzanzügen umringten den dämonischen Baum. Einige von ihnen trugen lange Stangen mit Eisenspitzen, die an die Lanzen spanischer Stierkämpfer erinnerten. Sollten sie mit diesen Spießen den Dämon im Fall der Fälle in Schach halten? Marty wünschte sich seine Pistole zurück. Was ist das? fragte er voller Abscheu. Ein Dämon? Ein Dämon für einige, sagte Dr. Wells ruhig. Ein Erlöser für viele andere. Ist Geadra nicht wundervoll? Die ungewöhnliche Stimme des alten Wissenschaftlers jagte Marty einen kalten Schauer über den Rücken und plötzlich erkannte er, weshalb sich Whitehead mit diesem Verrückten eingelassen hatte. Der blinde Milliardär mochte es selbst nicht sehen können, aber aus einigen der klauenförmigen Äste des Baumes bildeten sich blutige Augäpfel heraus wie Knospen im Frühling. Marty glaubte, sich übergeben zu müssen, als die Augen ihn aus dem Baum heraus anglotzten. Gleichzeitig verspürte er die unglaubliche Anziehungskraft, die von dem Baum ausging. Dieser Baum, dieser Dämon, musste in der Lage sein, unzählige Krankheiten zu heilen. Er verstand allmählich, was Wells gemeint hatte, als er von Dämonen und Erlösern gesprochen hatte. Die Gliedmaßen und Organe von Menschen, die auf der ganzen Welt von Krankheiten zerstört oder von Unfällen oder Explosionen zerfetzt wurden, wuchsen hier wie reife Früchte heran. Wartet nur darauf, geerntet zu werden. Oh Gott, dieser Baum war ein menschliches Ersatzteillager. Nein, viel mehr. Er stellte sämtliche Errungenschaften der modernen Medizin in den Schatten. Er möglichte schon heute, was den Forschern in hundert Jahren nicht möglich sein würde. Wie konnte Wells eine solche Entdeckung verheimlichen, wo doch so viele Menschen trotz seines abscheulichen Aussehens von diesem Baum profitieren könnten? Warum wohl? Auf einmal fühlte sich der Koffer, den Marty trug, unglaublich schwer an. Was haben Männer wie Whitehead, was die Millionen Kranken und Verstümmelten dieser Welt nicht haben? Geld. Genug Geld, um ganze Länder zu kaufen. Beinahe hätte Marty laut gelacht. Natürlich nutzte Wells J. Adrasul nicht, um irgendwelchen armen Kriegskrüppeln in der dritten Welt neue Arme und Beine zu spendieren. Nicht so lange Leute wie Whitehead ihn für seine Dienste obszönreich machen würden. Sind Sie bereit für die Prozedur, Mr. Whitehead? fragte Dr. Wells und sein Totenschädelgesicht lächelte unter den vielen Schichten abgestorbener Haut. Einer seiner Lakaien erschien mit einem Operationswerkzeug in der Hand. Das erschreckende Ähnlichkeiten mit einem Eisportionierer aus Edelstahl aufwies. Whitehead nickte entschlossen und ließ sich auf den Operationsstuhl sinken, der nicht weit von dem dämonischen Baum aufgebaut worden war. Das wird jetzt kurz wehtun, warnte Dr. Wells. Dann verschwand die halb kugelförmige Schaufel des Werkzeuges in Whiteheads linker Augenhöhle. Whitehead versuchte, einen Schmerzenslaut zu unterdrücken. Er krampfte und zuckte. Dann entfernte der Wissenschaftler sein blindes Auge mit einem kräftigen Rock. Marty wendete sich erschrocken ab, um keinen Schrei auszustoßen. Galle brannte in seiner Kehle. Er konnte hören, wie das Werkzeug erneut zum Einsatz kam, wollte es aber auf keinen Fall noch einmal mit ansehen. Eine schreckliche Minute später war es endlich vorbei. Whitehead stand wieder aufrecht, und Blut kroch wie Tränen aus seinen leeren Augenhöhlen. Er zitterte, aber war bemüht, die Fassung zu bewahren. Rachel nahm seine Hand und führte ihn langsam auf Jay Adrasul zu. Die Hände, die mit seinen Zweigen verwachsen waren, grepschten in die Luft oder vollführten obszöne Gesten. Jay Adrasul schien einen gedämpften Schrei auszustoßen, als Rachel zwei Augen packte und sie mit einer Schere von den Zweigen des Baumes löste. Eine Flüssigkeit, die wie Blut aussah, quoll aus den Schnittstellen und versickerte dort, wo sich die Wurzeln des Baumes in den Boden gruben. Rachel hob die beiden Augäpfel in die Höhe, dann ging sie zu Whitehead und drückte sie mit einem schmatzenden Geräusch in die leeren Höhlen. Erst links, dann rechts. Marty spürte, wie sie seine Eingeweide verkrampfen. Für einen Augenblick stand Whitehead wie versteinert da. Dann glitt ihm der Stock aus der Hand. Oh Gott, flüsterte er. Oh mein Gott, ich kann tatsächlich wieder sehen, das ist ein Wunder, ein Wunder. Nein, Marty stieß einen Fluch aus. Das war unmöglich, das konnte nicht sein. Whitehead, er konnte unmöglich geheilt sein. Das war ein Trick, irgendein gemeiner Trick, um ihn hinters Licht zu führen, ein Ich kann wieder sehen, seit acht langen Jahren. Jetzt war es kein Blut mehr, Whitehead übers Gesicht lief, sondern Tränen. Er musste sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet haben, auf den Moment endlich wieder sehen zu können. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Dr. Wells. Sie sind ein wunderbarer Mensch. Ich danke Gott für Sie und Ihre Einrichtung. Bitte. Der uralte Wissenschaftler verzog sein totes Gesicht zu einem schiefen Lächeln. Danken Sie jedem für dieses Wunder, nur nicht Gott. Ganz sicher nicht Gott, dachte Marty. Eine unvorstellbare Wut schäumte in ihm hoch. Auf was für Teufelszeug hatte sich Whitehead nur eingelassen? Waren es diese Augen wert gewesen, dafür seine Seele zu verkaufen? Marty wünschte sich seine Pistole zu haben. Er wünschte sich jedem in diesem Raum eine gottverdammte Kugel zwischen die Augen zu jagen. Whitehead Dr. Wells Rachel sogar diesem verdammten Baum. Auch wenn er wieder sehen konnte, schien Whitehead seinen Zorn überhaupt nicht zu bemerken. Stattdessen drehte er sich nur langsam um. Marty sagte er und deutete auf den Koffer in Martys Hand. Bezahlen Sie diese Leute für dieses Wunder. Ja, Sir. Gehorsam stellte Marty die richtige Nummern Kombination ein und öffnete den Koffer. Zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass sich kein Geld darin befand. Stattdessen enthielt der Koffer einen alten, mit rituellen Schnitzereien verzierten Dolch. Was? Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Dr. Wells lachte sahen noch, wie Rachel den Dolch ergriff. Dachten Sie wirklich, man könnte bei einem Handel mit einem Dämon mit Geld bezahlen? Ein entsetzlicher Schmerz durchzuckte Marty. Für eine Sekunde war sein gesamtes Sichtfeld scharlachrot. Dann erst erkannte er, dass Rachel ihm den Dolch in die Kehle gerammt hatte. Blut quoll aus seiner Halsschlagader hervor, wie aus einem Springbrunnen. Marty stieß ein Röcheln aus, während die Wurzeln des dämonischen Baums gierig sein Blut in sich aufnahmen. Er versuchte einige Schritte zu machen, brach aber sofort zusammen, die Hände auf seinen aufgeschlitzten Hals gepresst. Tun Sie nicht so überrascht, Marty, sagte Whitehead vorwurfsvoll. Er sah auf seinen sterbenden Leibwächter herab und seine neuen Augen glänzten beinahe traurig. Wir haben doch alle von Anfang an gewusst, wie diese Geschichte ausgeht. Leibwächter Vielen Dank.